Hier, die Meute, die drei Bierfässchen. Jawoll, guck mal hier, die Geschwister, wie sie spielen. Jetzt haben sie den Ball Jutt, den Carlo dazwischen. Ja, hier geht's richtig zur Sache, ne? Oh, oh, Luna und Carlo. Oh, guck mal hier, der Buddy, der alte Sack. Der ist operiert worden, der muss aufpassen, der kann nicht einfach hochsteigen. Aber so geht das hier jetzt eine Stunde, sag ich mal. Dann arbeiten wir aber was mit denen noch.